7. Fahrer waren hier am Start und im 7. Platz, das Fahrer der Startnummer 21, Felix und Valentina. Der 6. Platz, der geht nach Kärnten an die Startnummer 31, David und Emily. Auf den 5. Platz getarnt hat sich das Fahrer der Startnummer 29, Christoph und Karl. Die 4 Fahrer, die jetzt noch hier stehen und warten, die haben sich das ganze Jahr schon ein ganz, ganz spannendes Duell geliefert. Immer wieder hat er mal der eine oder andere gewonnen. 3. haben es jetzt nochmal am Stocker geschafft. 4. Platz geht an die Startnummer 34, Nico und Katrin. 4. Platz geht an die Startnummer 33, Lucas und Karina im Park aus Villar. 4. Platz, 1. und 2. Platz bleiben. 1. und 2. Platz bleiben. Damit 3. mehrer 10. Formation 88. Aber ich kann nur sagen, Sie haben ein dunkles Trikot mit einer blau-grünen Werbung. Sie haben auch beide eine Startnummer mit 20. Auf die Höhe zieht den 2. Platz mit der Startnummer 28. Florian und Emilia. Der 2. Platz kommt damit. Der 1. Platz geht an die Startnummer 22, Lucas und Christine. 2. Platz geht an die Startnummer 23, Lucas und Christine. 1. Platz geht an die Startnummer 23, Lucas und Christine.